es wenn er trete ich was er er will ich mich nicht mehr umgekehrt sind weil die freilich an die freilich weil die freilich seit hohen hier da hat er gefangen die zielte böse auf mich und wenn sie auf mich zielten den Hälscher lehrt und er wollte mich gerade töten mit der Leer was hat angefangen bisher nicht auf eine Komponente was bringt es in der Wasserfläche er ist sehr viel ja es wird und das ist jetzt schon alles raus und wie viele Jahre die Menschen sind eigentlich schon so heiß ich spiele heute in der Runde die Stadt alle EGC's wurden lieber jeder Einzelne die top-letzten für die Welt schenken man hat sie auch gesagt werden woche was wird geändert wird was kann ich weiß gar nicht abdruckt er ist damit nicht so was ist das ist anfangen ganz viele Champions um die Köln ganz viele Arten und guckst du auf das Ding er hat sich angekommen und ich habe auch gebraucht weil die wurden gebraucht der Sektor jetzt wird gebraucht die Verdeckte er wird auch heute und wie sie sich immer einen Beinemann und der Sitzung zu verabschieden für ein paar hundert Prozent sicher aber ich bin ja klein würde wieder klagen ich bin ich wurde an der Sofett er hat er er hat er es ist das ist ein Rettungsmittel im Endeffekt aber ich ich bin fast für die sich das ist die Kurs ich bin mir fast ja die größe ist die größe es hat doch bewusst der durch den trailer fall durchgelesen nico ist 100 pro steht auch auf mich nico oder nico nico wo ist das ich hab grad voll geile musik an sagt er hatte noch nicht mal ein hit alter warte 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 erst mal mich heilen erst mal mich heilen das ist durch die reise heilige holt war mit dem karl gemäck die karl gemäck von wo von jahr weg 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 ist mir scheiße da ja auch die ich bin du bist auch gegangen schoss nicht ich das so was du das ist gut wenn also thomas freund mit fox weiß ich auch auf die geschossen das weiß ich weiß doch alles freude weiß ich weiß nicht nichts gemacht also ich weiß wirklich nicht mehr auf die geschossen hat ich habe ich wollte auch nicht gut aus und ich habe echt nicht gesehen dass irgendwer auch ein hilf gegeben hat außer mir okay obwohl ich weiß ob du nicht gesagt ich wurde aus dem feld abgeschossen ich bin sicher dass du ich bin mir nicht sicher ob du nico getötet hast wo bist du? doch ich habe mit dem auge geschossen okay warte ich guck jetzt noch keine ahnung ich bin auch gerade schon auf dem weg Thomas kannst du mir auf jeden Fall geschossen mitgeschossen was wie das? war neben dir ich habe ihn aber getötet aber er hat hä warum wollte ich nochmal künfteln keine ahnung ich tue ihn ja weg ich habe meine einzige Frage Wo ist nico? gepfee nico habe ich ja sofort versteckt YETUH componist DARKAN nutze dein Frater Item das du gerade gekauft hast. nutze es NUTZE ES NUTZE ES warte mal ich will meistens sehen was du gekauft hattest wir haben's fight Wahrscheinlich ein Radar hat er, oder? Ja, du bist gut. Warum? Ich dachte nicht, wo ich bin. Warum sind das eigentlich Gruppenduschen? Ist jemand tot? Nicole, lebst du noch? Ich krieg die Tür nicht auf. Ja, ja, ja. Hey, 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 hey. Thomas folgt... Ich glaub, äh... Schreit mir übertrieben rum, damit ich weiß, dass ihr tot seid, wenn ihr tot sterbt. Und der Spaß für mich ist es Tarkan. Ich bin auch besser, aber ich weiß nicht. Ich hab auf Nico geschaut. Ich bin mir bei Tarkan immer noch nicht sicher, ob er Pufen ist. Sobald ich das gesehen habe, ich wirklich als einziger Nico Schaden macht. Ich hab's echt nicht gesehen. Es kann auch sein, dass du Schaden machst, aber ich hab's nicht gesehen. Leon ist tot, Leon ist tot. Warum hab ich 75 Schaden? Leon lebt, Leon lebt. Hey, warum hast du dann so rumgeschrien? Weil's draußen ja komplett dunkel ist. Mein Raum ist wenigstens noch beleuchtet. Also im Raum, im Haus. Ey, Nicole. Ja? Ach, ach, ach. Kann man ja durchschießen? Kann man ganz kurz auf mich drauf? Da kommst du ja drüber. Na, echt? Naja, schade. LOL, doch! Sie war grad kurz oben, oder? Ja, ich bin kurz oben festgestockt. Ey, Thomas ist ja friendly. Ja, Nicole. Ja, Nicole. Ah, Nicole. Jo, hat sich das gejumpft? Hab ich mich erschrocken gerade. Weißt, was du da verkriegst? War ganz klar. Ja, das ist alles. Fox. Was? Fox kriegst du wieder Geburt. Eine Missgeburt. Wiedergeburt. Ja. Eine Freugeburt. Tut mir leid, ich. Deine Mutter hat sich ganz doll gefreut und jetzt hat sie geboren. Stopp! Kriegst du? Kriegst du? Ich hab heute RTL geguckt. Ich nicht, zum Glück. Da hat, hat jemand gesagt, ähm, kennst du Schach? Wenn nicht, äh, du kennst bestimmt die, äh, Spielfigur Dame. Äh, google mal was sie macht, dann kennst du meinen nächsten zu. Haha. Ha. Schön. Ja, das verstehen nur Leute, die nicht. Ach, Spieler. Ich mag nicht, dass Mädchen männlich sein können. Ach Gott sei Dank. Ha. Ha. Haha. Warum komm ich die Füße? Warum komm ich die Füße? Warum komm ich die Füße? Ja, ich bin die Füße. Julian, vertraust du mir? Warum? Ja. Julian, vertraust du mir? Ja. Nicht. Nee. Julian ist Trater. Julian ist Trater. Julian ist Trater. Warum? Du würdest nie im Leben nicht voll festrauen. Äh, ich bin grad um auf dem Dach. Ich kann mal. Jetzt, Leon. Ich kann mal. Ich kann mal. Hau. Ja, ich bin mir da hoch. Ich bin da ganz klar. Ich bin da und ich bin da vorbeigeschossen. Ja, Nicole ist schon nicht. Nein, nein, ich bin nicht. Das ist leer. Ja, nein, ich bin da klar. Nein, ich bin da mal. Ich bin da mal die Füße. Also sieben Stück zu mir. Da sind die Erechte, da war alles Sieger. Was sägert. Was ist denn voraschen. Warum soll ich jetzt Vertrauen und warum nicht? Füße. Ich bin da. Komm bitte, komm mit. Komm bitte, komm. Lühe. Irgendwo einen Schaden zu kriegen. Irgendwas tanzt. Aua. Ach, warte. Rage-Bahn ist es, glaube ich, Rage-Bahn. Du hast jemanden abgetötet, oder? Hä? What the fuck? What the fuck? Okay. Okay, hier sind wir sicher. Total sicher, hier gibt es zwei Eingänge. Okay, komm weiter. Surely man einfach an den Pimp da hochgläsern. Ohne Spaß für mich ist es gut zu tun. Noch cipläser noch nicht. Womit, womit, womit. Was willst du die Wetterfaden nicht aufmachen? Tu mir, Du hlst kein Geld. Hörgeln nicht einfach gesehen wie Betsyn aufgemacht. D guerra oder noch nicht da. Oder wie hier geht auch nicht. Thomas, geh weg! Wie soll ich mich jetzt wieder devact jVzell 115 00. Wer nicht sicher bin, ist Nicole mehr. Bei dem Spiel ist die normale Albania, ist auch nichts passiert ist nichts passiert wir wurden von der jahre war die in der wahl ja ihr könnt ihr machen wenn ihr wollt aber also es sind doch drei von euch das heißt ihr müsst euch nicht zwingend abschießen sobald einer von euch tot ist könnt ihr euch abschießen oder sollt ihr abschießen ok dann schiezen ich jetzt auf die homas und auf leben fox ist jetzt mal ein kleines baby foxi nein unser baby julian ok was auch da ist irgendwo und ich kann den namen nicht lesen das war ich das ist mein Name ich glaube wo bist du hin ja hier am Fenster bist du behindert das war extra ähm du sollst da lieber nicht runter ich hab Leben verloren M.A.TV Leon wo ist hier in safe die Leiche das bin ich nein das waren die waren die hier rum oder was das ist richtig die die ganze Zeit bewegen damit er nicht weiß dann kann er den Radar Punkten folgen wo zwei sind und da ist eine Leiche echt schwer ist liegt da wo ist die Leiche bei dir draußen läuft einer ja das bin ich warte Tarka nebst du... Tarka lebst du noch? ja ok Leon lebst du noch? ja ich glaube das hat schon seit Ewigkeit nicht so gesagt hier 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 leg die hin da 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 ja leg einfach ab hier wird schon keiner finden hoffentlich du bleibst jetzt was wir hier holt dein Partner ich suche nur wo also Niko und Niko und Leon tötet euch achso ich so da oben ist er doch da ach Leon ach mann Fox Leon du bist so schlecht das war echt inkompetenz von hier Leon du bist richtig ne ich hab die Türe extra noch aufgemacht ja und die hat sie zugemacht nein ich hab's in der selben Sekunde nochmal aufgemacht hä bei uns nicht also ja Fox das war äh ja gut ne und ich dachte ich glaub doch ich konnte Leons Namen nicht sagen und und dann noch dazu Niko jump äh nicht Niko äh Dipper jump in der letzten Sekunde noch hinter die Mauer in der letzten Sekunde wenn die wenn die Türe offen geblieben wäre oder aufgegangen wäre noch wieder werdet ihr beide tot gewesen und wir werden drei Leute weniger für Gamer Tja hast du mal verkackt ja wie man sieht ich bin umgestiegen von der Yalala äh von der T4 zu Yalala das stimmt aber Yalala ist eh mal auffällig ne Yalala ist war Fox wow sonst hat Fox ja mindestens immer ein ich war erst mal in die Warte Warte boah Detektiv wirklich geil Fechel 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 Tja was ist ne diese Runde verdreut ich irgendwie nicht warum nicht weil du Traitor sein kannst lang kommen ganz grün ganz Grühn ganz Grün ganz Grün besonders Grün der request wenn ich không was ist das ist wahrscheinlich sind wir beide Traitor wahrscheinlich sind Thomas und Nicole beide Traitor ok, wir verstecken jetzt ich hab's verloren, deswegen... was ist? was hast du gesagt, Nicole? kannst du's mal auf die Uhr verbrachten hinter dir, hinter dir ich hatte rein warte, ich war's rein Tirol, du kannst ja nach der Runde gehen das ist eh die letzte Runde der Map Luca ist rein naja warum schießt du auf mich? weil ich gehen muss hallo 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 nein, warum guckst du nicht? nehm mal um ja, aber ich weiß es nicht nein, glaub mir, nimm meine Waffen nimm alle meine Waffen das bringt ja auch nichts, da kannst du dich auch nicht verteidigen ähm dann gib mir ein Item, das ich dann kein Trader-Item mehr kaufen kann für mich? sag mir mal ganz kurz zu, ich will, aber ihr müsst mir ganz kurz zu Ende zuhören für mich ist es Leo und Nico Nicole und Hakan haben Innocent drückwärts buchstabiert und zwar schnell was? ja und das kann ich aber auch im Zettel schreiben das kannst du abschreiben von F1 hallo, komm mal der Date bitte aufs Dach und drück Leon um, damit ich nicht verdächtig bin warte, 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 warte ganz kurz ich hab aber nur meine Vermutung gemacht für mich ist es Tarkan und ne, Leon und nicht so ich weiß, was sie oh, guck mal ein Tier ich will so ich will so gerne, darf ich? ich hätte Leo von die ganze Zeit abbauen, darf ich? darf ich? oh, soll, neu hab ich angeschossen ich wollte dich nicht anschießen, ich wollte dich töten hey, ich wollte dich töten Leon, das ist für mich nur noch K äh, Nico für mich ist es noch Nico wenn du meckert, sag nicht, dass ich das war, dankeschön ey, ey, Julian, wenn meine Vermutung wieder Julian hallo, warum habt ihr mich gerade getötet? weil du aufkappt hey, ich hab laut vorangekündigt oh, oh ich hab dich nicht getötet, Julian ja, fick dich, alter du bist so ein Bastard, alter ich hab dich nicht getötet ich hab dich nicht getötet ne, das war schon Aua Julian, wir haben dich getötet, weil du eine Induszeit getötet hast das ist eine gute Beschuldigung ich hab ihn ja nicht mal getötet hä, wie? ich hab ihn ja nicht mal getötet, ich hab ihn ja nicht mal getötet was? sag mir das doch ich schwöre, Leon, ich habe dich nur getötet Leon, pick euch einfach ja, hier Leon, am Arsch ich schwöre, ich hab dich nur deswegen getötet weil ich dachte, du hättest ihn umgebracht ich schwöre das hätte Nico mir gedacht, dass er das war, hätte ich ihn umgebracht ich hab nicht gesehen, was mit der Hand da ist ja dann guck doch mal außerdem hättest du die Waffe wechseln können Wann denn? ich war die ganze Zeit im Blickfeld von Nico Aua Julian wenn es jetzt stimmt, dass Nico Traitor ist da kann ich nicht mehr es tut mir was ist passiert? Leon ich ich muss erstmal sagen, es tut mir leid und zweitens, ich hätte dich wirklich nicht getötet, hätte ich gewusst, dass es Nico war ich dachte, du hättest ihn getötet, wirklich weil wenn Thomas einen Verdacht hat, dann tötet er ihn direkt Thomas, oder? ich bin stumm du hast einen getötet, gerade eben neben mir hey, Thomas, hey, du was bei mir ok, da hat irgendwer anders gerade einen getötet ich sehe noch drei Radarpunkte heißt einer ist tot ja, so nicht Thomas nicht du, nicht ich heißt Nico oder Tarka ist halt eher ok ja, das war auf jeden Fall irgendwie welche Silent Fox überhaupt haben? ich finde ich gar keine Silent Fox ach, ich lege ihn mal zur Reserve irgendwo hin so lieber so lebst du noch Nicole? ja, ich suche den ok, ich suche auch gerade die Leiche wo? Nicole? fuck dann ey, Thomas du bist